Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Zuschauerrennen hier auf meinem Kanal. Und ja, das neue Update ist ja draußen. Und die Rennstrecke hat sich komplett geändert. Also ich habe alles überarbeitet. Das liegt zum großen Teil auch daran, dass sich die Fahrphysik der Autos verändert hat. Also man hat nicht mehr diese lustigen mega hohen Sprünge und sowas. Ja, die Autos fahren jetzt ein bisschen anders. Die Chance, dass ein Auto verschwindet, weil es auf dem Dach liegt oder auf der Motorhaube liegt oder sowas, ist auch viel höher geworden. Also es kann gut sein, dass hier ein Kandidat ausscheidet aus dem Rennen. Die Chancen sind auf jeden Fall sehr gestiegen, aber das werdet ihr gleich alles im Rennen und sowas sehen. Wie gesagt, ich habe eine ganz neue Strecke gebaut, habe die auch schon so ein bisschen getestet. Und ja, ich würde euch sagen, ich zeige euch die jetzt und dann verrate ich euch danach, wer hier diese 10 Jeeps übernehmen wird. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal los. Also hier fährt man los, das kennt ihr ja schon. Erstmal quetscht man sich hier durch diese zwei Tore, dann durch das eine Tor. Und dann geht es hier schon direkt durch eine, ja, Steinstraße, sage ich mal. Da muss man so ein bisschen kreuz und quer fahren, sich durchschlängeln an den Stein vorbei. Und ja, wird immer enger hier zum Ende hin. Und dann geht es hier gleich um eine Kurve. Den bauen wir auch mal durch. So, und dann kommt man hier schon in das erste Gehege. Das ist das Galimimus-Gehege. Dahinter warten schon 10 Galimimus, darauf die Jeeps aufzuhalten. Ich werde vermutlich gleich beim Rennstart das hintere Tor hier öffnen, weil ansonsten staunen sich die Jeeps hier viel zu sehr. Also dann dauert das wirklich sehr, sehr lange. Wenn ich das da hinten öffne, dann ist das alles so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr random, weil dann die Galimimusse auch hier rauslaufen und sowas. Aber egal, wir wollen jetzt hier gar nicht viel Zeit verschwenden, dann geht es hier ein bisschen weiter. Hier wieder um eine Kurve. Und dann kommen wir hier schon zu unserem ersten Bonuspunkt. Ihr seht schon, wie beim letzten Mal, wir haben hier einen Sprung. Dann wird man hier draufknallen und mit etwas Glück wird man hier nach oben katapultiert. Und wenn man es schafft, über diese Stange rüber zu fliegen, dann bekommt man zwei Bonuspunkte, wie gehabt. Es kann aber allerdings jetzt auch passieren, dass man hier zum Beispiel auf dem Zaun landet, auf dem Dach landet und sowas. Und wenn dann der Jeep weggelitscht, das ist natürlich ärgerlich, weil dann ist man aus dem Rennen ausgeschieden. Aber das ist natürlich auch random. Es kann auch passieren, dass man hier außerhalb in den Bereichen landet. Falls man hier landet, hat man den großen Vorteil, dass man hier durch das Tor wieder auf die Strecke gelangt und dadurch sich diesen ganzen Wasserbereich spart. Also das ist gar nicht schlecht, wenn man links landet. Wenn man allerdings auf der anderen Seite landet. Also hier auf dieser Seite. Dann kann es gut passieren. Dann muss man hier einen Umweg in Kauf nehmen und sowas. Ich würde sagen, ich gehe mal eben in die andere Ansicht, dann kann ich das leicht erklären. Sonst dauert das hier zu lange. Genau, dann muss man, man landet hier und dann muss man hier den Umweg in Kauf nehmen. Einmal hier außenrum. Und hier kann man dann erst wieder in die Strecke fahren. Das heißt, wenn man hier außerhalb landet, ist es schlecht. Auf der Seite ist es sehr, sehr gut. Ja, genau. Dann kommt hier in den Wasserbereich. Dann kommt man hier in ein Spinosaurus-Gehege. Da sind zwei Spinosaurisse drin, wie ihr seht. Und ein Fischfutterspender mit ganz viel Wasser. Ja, die sollen hoffentlich die Jeeps ein bisschen aufhalten. Dann kommt man hier raus. Hier hat man dann so ein paar Bäume. Da muss man zickzack sich durchschlängeln. Und dann kommt man hier zum nächsten Bereich. Dort befinden sich Gyrosphären. Die können wirklich auch zu Problemen führen, weil die halt auch in Bewegung sind. Und die Jeeps damit wirklich teilweise überfordert sind. Ihr seht ja, die fahren hier kreuz und quer. Und das kann ganz schön, ganz schön schwierig werden. Ähm, genau. Nach den Gyrosphären kommt hier das Ziegengehege. Ich habe das Ganze ein wenig, ähm, ja, verkleinert, dass hier mehr Ziegen auf ganz engen Raum sind. Ähm, das ist hier schon das Maximum an Ziegen in einem Gehege zumindest. Was man machen kann. Und ich finde auch, das reicht völlig aus, um die Jeeps hier zu stoppen. Nach dem Ziegengehege geht es hier um eine Kurve. Und dann kommt man in das große Pflanzenfressergehege. Ihr seht schon Brachiosaurusse und Sinoceratopse. Ich glaube, zehn jeweils an der Zahl sind es in dem Gehege. Und natürlich ein großer Berg, ein großer Baum, Felsen, Bäume. Also hier sind auch einige Hindernisse drin. Dann kommt man hier durch. Dann kann man hier einmal den Fans zuwinken. Die schauen hier auf der Tribüne zu. Hier kommt dann nochmal eine kleine Stelle mit Gyrosphären. Ja, dann kommt man hier zu den Strommasten, die sogar noch ein bisschen enger gestellt sind. Also da muss man sich auch ordentlich durchschlängeln. Das ist gar nicht so einfach. Dann kommt man hier vorne nochmal zu einer, ja, rechts-links Stelle. Und jetzt wird es nochmal sehr, sehr interessant. Hier fährt man dann nach oben. Und hier kann man dann draufprallen und nochmal wieder richtig hochkatapultiert werden. Und wenn man es dann schafft, hier über diese Mauer zu fliegen, dann landet man hier in diesem Bereich und hat eine riesen Abkürzung genommen. Ich zeige das am besten mal so. Also man kann dann hier rüberspringen und kann dann direkt hier weiterfahren. Wenn man den Sprung nicht schafft und stattdessen hier aufkommt, muss man hier ganz außen rum. Hier kommt man dann nochmal in das Trodon-Gehege mit zehn Trodons drinne und hier hinten lang. Und ja, das kostet natürlich wertvolle Zeit. Wenn man es stattdessen hier schafft, rüber zu springen, kann man hier richtig Plätze gut machen. Das ist, glaube ich, eine sehr coole Idee. Falls man hier außerhalb des Bereichs landet, auf dieser Seite, kann man natürlich hier durchs Tor fahren. Auf dieser Seite muss man hier vorne durchs Tor fahren. Ist, glaube ich, eine ganz interessante Sache, weil das kann nochmal richtig die Position am Ende verändern. Und hier kommt dann zu guter Letzt nochmal ein Tyrannosaurus-Rexgege mit zwei Tyrannosaurussen drin. Und dann kommt man hier durch ein Tor. Hier sind dann nochmal ein paar Mülleimer und ein paar Schilder. Und dann kommt hier schon die Ziellinie. Das hier ist die Ziellinie. Wenn diese Linie überfahren ist, hat man das soweit geschafft. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu den Kandidaten. Bevor wir jetzt hier zu den Teilnehmern kommen, da muss ich euch nochmal ganz kurz das Punktesystem erklären. Der erste Platz bekommt zehn Punkte, der zweite Platz bekommt neun, der dritte acht, der vierte sieben und so weiter und so fort. Hat sich nichts geändert. Ist alles wie beim Alten geblieben. Für den Sprung gibt es plus zwei Punkte. Das heißt, jedes Team kann plus vier Punkte mit dem Sprung sammeln. Natürlich ist das wieder ein Teamrennen hier. Wir haben fünf verschiedene Teams hier in fünf verschiedenen Farben am Start. Die beiden Fahrer fahren jeweils zusammen und am Ende werden dann die Punkte addiert. Und wir werden hier ein Gewinnerteam dann hoffentlich haben. Beim letzten Rennen hatten wir sogar zwei. Und ja, jetzt würde ich sagen, ich verrate euch, wer hier die Jeeps übernehmen wird. Und da haben wir den ersten Kandidaten hier für Team Retro. Das ist Elias Weidner. Der erste für Team Blau, das ist Kussiman. Team Rot geht als erstes an den Start mit Patanius9000. Für Team JWE tritt als erstes an Tom1.6. Team Orange geht als erstes an den Start mit Feltix2. Und der Teamkollege hier für Team Retro, das ist Yannick Feltes. Der zweite für Team Blau, das ist Firelord. Und der zweite für Team Rot, das ist VIP. Das ist unser heutiger VIP-Jeep. Ihr wisst Bescheid, die VIPs oder Unterstützer oder Mitglieder von meinem Kanal, die haben hier natürlich nochmal eine Zusatzchance. Und es haben insgesamt fünf VIPs einen Kommentar geschrieben. Ich blende hier mal das Rad ein, mit dem wir gleich entscheiden werden, wer von diesen fünf hier diesen Jeep übernehmen wird. Da haben wir einmal Le Kröte, Lars Balsipa, Marcel Braune, Zelda Fanboy13 und Leon. Und einer von diesen wird jetzt diesen zweiten roten Jeep übernehmen. Ich drehe das Rad und bin sehr gespannt, wer es hier sein wird. Und es ist... Oh, das war ganz schön knapp. Es ist Lars Balsipa geworden. Herzlichen Glückwunsch, Lars. Ich benenne den Jeep hier mal um in deinen Namen. Lars Balsipa. Und du gehst hier als zweiter Kandidat für Team Rot an den Start. Ich blende das Rad wieder aus. Und dann machen wir weiter. Wir haben hier nämlich noch zwei Jeeps vor uns. Und da haben wir nämlich den zweiten Kandidaten für Team JWE. Das ist Feuerstern MC. Und last but not least haben wir hier den zweiten Kandidaten für Team Orange. Das ist Philipp Küpka. Herzlichen Glückwunsch an die zehn Kandidaten. Falls ihr es nicht gewonnen seid, seid bitte nicht traurig. Ihr habt ja beim nächsten Rennen nochmal eine Chance. Ist halt immer ein bisschen schwierig. Bei 200 Kommentaren könnt ihr euch ja ausrechnen, wieso die Chance ist, wenn man zehn Jeeps zur Verfügung hat. Wie gesagt, seid bitte nicht traurig. Und ich würde sagen, das Rennen geht jetzt los. So Leute, ich hoffe, ihr seid alle gespannt. Ich werde jetzt das Ganze hier öffnen. Ihr könnt immer die Strecke einmal von oben sehen. Also die ist schon ziemlich gewaltig und ziemlich lang. Ich habe keine Ahnung, wie lang die im Endeffekt dauern wird. Aber bevor ich das Ganze hier starte, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich hier das Tor öffnen werde. Das werde ich jetzt auch tun. Und dann werde ich dieses Zaunstück entfernen. Und dann geht das Rennen hier direkt los. Ich bin mega gespannt, welches Team hier den Sieg holen kann. Und wir sehen jetzt schon, alle fangen gleichzeitig los. Die teilen sich auch gut auf, die Kandidaten. Fünf rechts, fünf links. Und Team Blau und Team Retro sind hier definitiv am besten durchgekommen. Und Team Blau setzt sich hier durch. Ist jetzt auf dem ersten Platz mit Kussimann. Yannick Feltes folgt ihm mit Team Retro. Dahinter Team Orange mit Philipp. Team Rot, Team Retro, Team Blau. So wie ich es jetzt sehen kann. Aber die bleiben da jetzt nochmal ordentlich stecken. Und ihr seht jetzt schon hier, die Jeeps, die schlängeln sich jetzt hier erstmal durch. Und das kann man langsam machen. Das kann man aber auch schnell machen, wie Team Retro das hier macht. Und er überholt jetzt hier der Team Retro. Der Yannick zieht vorbei an Kussimann. Kussimann hat hier echt Probleme gehabt bei den Felsen. Und jetzt ist Yannick Feltes hier vorne. Ist im Gali-Mimos-Gehege. Aber Kussimann kommt jetzt wieder ran. Also es ist hier richtig spannend und ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Die beiden sind jetzt hier nebeneinander. Und der glückliche Dritte, das ist Philipp Köpker, so wie es aussieht. Aber jetzt bleiben sie alle nochmal hier hängen im Gali-Mimos-Gehege. Und jetzt kommt schon der Zweite für Team Rot. Aber Philipp Köpker... Ne, nicht der Zweite, es ist der Erste für Team Rot. Oh, ich habe ihn gerade hier auch für Rot gehalten. Philipp Köpker hat sich jetzt durchgesetzt und ist jetzt auf Platz 1 hier. Auf Platz 2 ist Yannick, auf Platz 3 ist Kussimann. Also ihr seht schon, das ist hier echt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und jetzt geht es hier erstmal an die Bonus-Punkte. Jetzt bin ich sehr gespannt. Die Gali-Mimos sind jetzt natürlich hier voll im Weg. Und ihr seht jetzt schon, die Flugphysik hat sich komplett geändert. Philipp hat es jetzt leider nicht geschafft. Lars auch nicht. Der nächste Kandidat auch nicht. Hier ist es auch super gefährlich. Also hier kann man wirklich ausscheiden, Leute. Und jetzt springen hier zwei Kandidaten gleichzeitig. Und, ah, Elias knallt auch dagegen. Kussimann hat es leider auch nicht geschafft. Zum Glück ist bis jetzt keiner ausgestiegen. Und jetzt kommt der erste Kandidat und kann er es schaffen? Nein, er bleibt hängen. Er muss schon komplett rüberfliegen. Das hat leider nicht gereicht. Landet aber zum Glück nicht auf dem Dach. Und Firelord bleibt auch hängen. Oh, ist das ärgerlich. Es scheint hier kein Kandidat zu schaffen. Oh Gott. Jetzt hat er sich hier ganz schön oft überschlagen. Ich weiß jetzt nicht, ob alle Kandidaten so weit durch sind mit dem Sprung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, es sind alle Kandidaten durch. Es hat leider keiner geschafft. Zwei sind dagegen geprallt. Aber ist ja jetzt auch nicht weiter schlimm. Zum Glück ist hier keiner ausgeschieden. Ich hätte mir nämlich... Also ich hatte schon bei einigen Testläufen jetzt hier, ob die Strecke funktioniert, dass hier ein paar Jeeps ausgeschieden sind. Ich bin froh, dass das gerade nicht der Fall ist. Wir haben auf jeden Fall auf Platz 1 Yannick, dann Lars, Elias, Philipp, Patanius, Feltix und dahinter Tom, Feuerstern, Kussiman. Oh, hier habe ich Firelord übersehen. Also das ist hier noch ziemlich eng, das Feld. Kann noch alles passieren. Und so wie es aussieht, kann Yannick jetzt hier seinen Vorsprung ausbauen, weil die beiden Spinos hier ordentlich den Weg blockieren. Ich gebe mir gerade gar keinen Bock. Der eine den Eingang, der andere den Ausgang. Und jetzt schnappt hier auch der Spino nach den beiden Jeeps. Das ist natürlich auch gefährlich. Okay. Das kann hier natürlich sehr, sehr bitter enden, wenn man hier weggeschoben wird. Und wir sehen jetzt hier vorne, wir gehen mal wieder zum Platz 1. Der Yannick, der kommt jetzt hier super durch. Also die Gyrosphären haben ihn gar nicht aufgehalten. Kommt jetzt in das Ziegengehege. Dieser Yannick hat jetzt hier einen super Vorsprung rausgefahren. Und jetzt sehen wir da hinten den Lars. Kommt jetzt auch sehr, sehr gut durch die Gyrosphären. Dann bleibt er nicht hängen und kommt jetzt sogar nah wieder ran. Also Yannick hat jetzt hier richtig Zeit verloren bei den Ziegen. Und jetzt kommt hier auch der zweite Kandidat für den Retro, Elias. Und ist jetzt hier mit Lars auf einer Höhe. Also das ist hier super, super spannend. Und ihr seht schon, die Kandidaten bleiben jetzt hier mega hängen in dem Ziegengehege. Die eine letzte Ziege hält hier den Yannick nochmal ordentlich auf. Aber die anderen da hinten sind noch sehr, sehr weit entfernt. Aber das kann sich ja alles noch ändern bei der Strecke. Ihr müsst auf jeden Fall auch an die Abkürzung am Ende denken. Die kann richtig viel Zeit nochmal dazu gewinnen. Aber der Yannick, der fährt hier ganz souverän weiter vorne weg. Kommt jetzt hier ins große Pflanzenfressergehege. Mit den Brachiosaurin und den Sinoceratopsen. Aber rechts scheint gerade der Weg ziemlich frei zu sein. Und den fährt er jetzt auch. Wobei er jetzt den Berg nach oben fährt. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Da kommt nämlich jetzt auch schon Lars. Fährt hier ein bisschen besseren Weg. Aber bleibt jetzt hier ein bisschen hängen beim Weg nach unten. Also Team Rot und Team Retro sind hier wirklich Kopf an Kopf. Das kann hier richtig, richtig spannend werden. So, jetzt geht es hier zu der Zuschauergeraden. Da sind einmal die Fans am Schauen und am Fotos machen. Wie die Jeeps hier durchfahren. Sehr, sehr schön. Und dann kommen wir nochmal zu den Gyrosphären. Die werden hier hoffentlich jetzt auch keine Probleme machen. Oh, der Yannick ist fast hängen geblieben. Aber es hat alles geklappt. Da hinten kommt schon Feltix. Team Orange muss das sein. Ja. Und jetzt kommen wir jetzt zu den Strommasten. Da kommen die Kandidaten auch richtig gut durch. Und jetzt wird es richtig interessant, Leute. Jetzt wird es super interessant. Ich mache mal diese Ansicht hier. Jetzt müssen wir gucken, ob hier einer die Abkürzung bekommt. Also Yannick hat es schon mal nicht geschafft. Der ist leider über das Ziel hinaus geschossen. Muss jetzt hier den Umweg in Kauf nehmen. Ihr seht den ja im Hintergrund. Und jetzt kommt Lars. Kann ja Lars es schaffen. Nein, Lars schafft es auch nicht. Überschlägt sich jetzt hier und kollidiert mit Feltix in der Luft. Habt ihr das gesehen? Jetzt kommt der nächste Kandidat für Team Retro. Das ist Elias. Schafft es leider auch nicht. Ich glaube, den Sieg lässt sich Yannick dahinten nicht mehr nehmen. Der ist jetzt im Trudumgehege. Aber wenn jetzt hier noch ein Kandidat kommt, dann könnte das hier ganz schön knapp werden. Aber ihr seht schon, die Kandidaten sind hier wirklich noch sehr, sehr weit hinten. Aber jetzt seht ihr mal, wie lange so dieser Umweg hier wirklich Zeit kostet. Der Yannick ist jetzt erst durch. Also hätte er hier den Sprung geschafft, wäre er viel weiter vorne gewesen. Also richtig, richtig viel Zeit kann das hier gewinnen, diese Abkürzung. Ist mega nice. Yannick kommt jetzt hier in das Tyrannosaurus-Gehege. Und ich glaube, den Sieg kann ihn hier keiner mehr nehmen. Außer der T-Rex bleibt jetzt hier so vor dem Tor stehen. Im Hintergrund sehen wir da auch schon wieder Kandidaten. Der hat es leider auch nicht geschafft. Oh, oh, jetzt wird es nochmal knapp. Jetzt wird es nochmal richtig knapp. Lars Balzipa kommt hier nochmal nah dran. Aber ich glaube, das war es hier. Das sollte der Sieg sein für Yannick Feltes. Herzlichen Glückwunsch mit Team Retro. Erster Platz. Da gefolgt von Lars Balzipa mit Team Rot. Sehr, sehr schön gefahren, Jungs. Habt ihr das gut gemacht. Und da kommt schon der zweite Kandidat für Team Retro. Und wenn er das schafft hier, dann sollte das eigentlich der Sieg gewesen sein. Rein rechnerisch. Es hat keiner den Sprung geschafft. Aber Team Orange kommt jetzt hier nochmal nah ran. mit Feltix. Ne, das sollte es hier für Team Retro gewesen sein. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht groß rechnen. Elias Weidner holt sich hier Platz 3. Und Feltix holt sich hier Platz 4. Dann kommt Team JWE. Und was war denn da los? Habt ihr das gesehen? Da kommt Tom1.6 für Team JWE. Fährt jetzt durch die Ziellinie. War nicht vorhin Team JWE mega weit hinten. Ich könnte mir vorstellen, dass die die Abkürzung geschafft haben. Weil der Tom jetzt auch immer weit vorne war. Und jetzt kommt Philipp Kübka. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Platz das hier ist. Ich glaube, Platz 7, Platz 8. Bin mir nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Der fährt jetzt über die Ziellinie. Sehr, sehr gut. Und da hinten müssen jetzt noch zwei Kandidaten, ein Kandidat kommen. Ne, da hinten kommen noch mehr Kandidaten. Schaut mal. Oh, das sind noch vier. Okay, ich hab mich komplett verrechnet. Das ist natürlich krass, ne? Aber wir gucken jetzt erstmal hier, wer als nächstes über die Ziellinie fährt. Und das ist Patanius 9000 mit Team Rot. Schafft es jetzt. Und jetzt wird es hier, glaube ich, nochmal spannend zwischen den Kandidaten. Die sind relativ nah aneinander. Oh, Team Blau ist hier auf dem letzten und vorletzten Platz. Können sie jetzt hier nochmal den siebten Platz sich holen? Oder blockieren sie sich jetzt hier gegenseitig? Bin jetzt sehr gespannt. Äh, Feuerstern lässt sich jetzt hier nicht mehr aufhalten. Fährt jetzt unter dem Schweif von dem T-Rex durch. Und sichert sich somit Platz 8. Das lässt er sich nicht mehr nehmen. Feuerstern MC. Fährt über die Ziellinie. Und dann kommt Firelord. Fährt und Kussimann. Für Team Blau. Das war das Rennen. Ich hoffe, die neue Strecke hat euch sehr gefallen. Ich glaube, wer hier der Gewinner oder wer hier der Sieger wird, das braucht man hier schon fast nicht mehr nachrechnen. Das ist ja irgendwie logisch. Aber wir werden trotzdem gleich nochmal in eine kurze Siegerehrung gehen, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal. So, meine Freunde. Das war das erste Rennen auf der neuen Strecke. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr die Strecke findet, wie ihr das Rennen fandet und so. Und falls ihr coole Ideen habt für ein Hindernis oder für irgendeinen Punktebonus oder sowas irgendwie. Irgendwas in der Art, was ich bauen könnte. Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich lasse mich gerne von euch inspirieren. Ich habe gar nicht erwähnt. Die beiden Gewinner bekommen natürlich wieder einen 5 Euro Amazon-Gutschein. Ist für mich schon selbstverständlich. Machen wir ja immer so. Und diesmal war das sehr eindeutig. Also man wusste es gerade ja schon vom Rennergebnis. Deswegen blende ich jetzt einfach mal die Tabelle ein. Wir haben da auf Platz 5 Team Blau. Leider mit nur drei Punkten. Und dazu muss man sagen, dass am Anfang, falls ihr nochmal zurückspulen wollt an den Start, da war der Kussimann noch ganz vorne. Ist aber leider am Ende irgendwo hängen geblieben. Das habe ich leider nicht mitbekommen. Und ist dann, glaube ich, letzter geworden oder vorletzter. Sehr, sehr bitter, aber kann halt passieren. Und das macht, glaube ich, auch eine gute Strecke aus. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit der jetzigen Strecke. Dann haben wir auf Platz 4 Team JWE mit neun Punkten. Auf Platz 3 die Bronze-Medaille. Da haben wir Team Orange mit zwölf Punkten. Auf Platz 2 die Silber-Medaille. Da haben wir Team Rot mit 13 Punkten. Und auf Platz 1 haben wir ja alles vorhin schon, ja, eigentlich gewusst, als sie ins Ziel gefahren sind. Mit 18 Punkten, nämlich Platz 1 und Platz 3. Team Retro, herzlichen Glückwunsch an die beiden von Team Retro. Schreibt mir in Discord. Dann bekommt ihr euren 5 Euro Amazon-Gutschein. Und das war es von mir. Das war das sechste Zuschauerrennen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Falls ihr beim nächsten Rennen dabei sein wollt, dann schreibt einmal unten in die Kommentare. Hashtag Rennen. Und mit etwas Glück seid ihr dann beim nächsten Rennen mit dabei. Und tretet die an und könnt eventuell was gewinnen. Ich bedanke mich vielmals bei euch für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Haut rein. Euer Dandy. Ich bedanke mich.